Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ja, ich hab mir gedacht, ich könnte ja mal über Drachen dort Hater reden, oder? Wen hättet ihr da so im Gepäck? Über wen soll ich mal ganz speziell ein Video machen, ja? Okay meine Lieben, ich freu mich auf Zuschriften. Bis dann. Tschüss.